Ich glaube, es ist vor allem eine gewisse Offenheit gegenüber Neuem. Das klingt jetzt furchtbar allgemein. Einerseits zur Aufgeschlossenheit der Themen, den Themen gegenüber, aber das verbinde ich mit dieser Offenheit. Es geht darum, dass man eine Problemstellung schnell erfasst und sich an eine neue Situation anpassen kann. Ich glaube, das gilt insbesondere in einem sehr schnellen arbeits- und gesellschaftlichen Leben. Man muss schnell sein, man muss am Ball sein, aber man muss auch loslassen können. Und manchmal, wenn ich mein Handy im Büro vergesse, komme ich mir vor, wenn ich ein schlimmes kleines Kind nicht zu einem Termin gehe oder irgendwo hin und habe kein Handy.